Hallo und herzlich willkommen zurück zu Care Mechanic 2018 und Visa hat sich jetzt Infos besorgt, also können wir jetzt richtig loslegen. Visa ist mir auch mit dabei. Ja, kommt hin. Oh ja, stimmt. Ja, eine himmlische Familie. Doch, eine himmlische Familie, glaube ich, ist das, ne? Das hat mir jetzt gar nichts. Ja, das hatten wir auch was. Ja, das hatten wir vorher von hinten schon. Oh ja. Ja, gut. Das hat mir auch nichts. Ja, klar. Ja, eine fröhliche Familie. Genau so war das. Ja. So war das damals. Ja. Aber wo kann man jetzt die Sachen reparieren? Na siehst du, dein Name ist jetzt ja. Oh ja, die Kickers, natürlich. Captain Tsubasa kam dann nachher auch noch mit dazu. Oh ja, die kleinen Superstars. Okay. Ja, ja, okay. Ja. 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 Oh ja, ich bin Asuka. Ja. Okay. Ja, ich bin Asuka. Ja, ich bin Asuka. Ja, ich bin Asuka. Ja, ich bin Asuka. Oh ja, stimmt. Oh Gott. Das ist aber auch schon... Oh ja, Peter Pan. Peter Pan war auch immer geil. Ja, das stimmt. Peter war ja auch recht. Er war ja auch ein kleiner Junge, ne? Ja, das stimmt. Oh ja, jetzt hab ich zur Ruhe. Voltron, ja, aber das war noch das alte Voltron. Hä? Kann ich... Ja, Calimero hab ich auch mal geguckt. Ja, ich glaub schon. Hä, warum geht das denn? Ja, das kann sein. Das kann natürlich sein. Ja, ja. Ne, das hat mir jetzt gar nichts. Ja. Okay. Ja. Alles durchgesuchtet. Ja. Ne, das hat mir gar nichts. Ja, okay. Ja. Ja. Beguckt und besuchtet. Heute finde ich das absolut scheußig. Ja. 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 Oh Gott. ich weiß es nicht ich kann es nicht sagen ja 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 stimmt das gab es ja auch noch das stimmste ist sie kennen doch die meisten intros davon auswendig weil wir immer alles geguckt haben ich kann es heute noch fast alles mit sich sogar lady oscar kenne ich sogar noch das habe ich das letzte mal ist nämlich gehört stimmt ja singe von mir trapp gott ja klar ja ja stimmt power stone auf gott ja das weiß ich jetzt nicht ja 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 haben wir vorhin schon ach ja damals stimmt okay ich habe die geliebt in es irgendwas dazwischen kraftstoffe kraftstoffe ah ja stimmt die die das kraftstoffe aber das ist natürlich darüber haben wir jahrelang geschichten geschrieben aber erst mal stimmt die werden ja auch noch gott das sind so viele die man auch noch auf einfach vergisst aber die hat noch alle verschiedene namen da schaltet sich immer mit einer wir sprechen gerade übrigens über anime und manga die damals naja in allgemein über anime und manga wir sind bei rtl 2 hängen geblieben ja ok auch geguckt ja ja auch noch geguckt ja gut ja gut die waren ja auch nicht wirklich lang davon hat es gerade gesehen das ist ja genau so wie mit dem manga da kann man auch nur fünf stück heraus oder sechs ich glaube es waren fünf ja gut das ist ja genau so wie mit dem manga da kann man auch nur fünf stück heraus das ist ja gar nicht mehr so zu kaufen stimmt da bin ich ja noch durchgegangen und hab denn bei meinen bücher laden des vertrauens gestellt nee das war tatsächlich damals nicht mein laden wo ich jemanden gestellt habe ich weiß nicht ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht wir brauchen so ein Ort oh ja stimmt oh gott da gibt es auch noch verschiedene äh ok ich finde die in eurem filter hier nicht ne ok mutterglock generator oh ja jugio habe ich auch alles geguckt shaming king auch alles durchgesuchtet auch teilweise durchgesuchtet irgendwann habe ich aber das das verloren und habe dann mit shippuden weitergemacht und dann kam ja bruto irgendwann raus da habe ich auch ein paar Folgen von gesehen aber es war nicht mehr so das da weiß ich gar nicht mehr ob ich davon teilgesehen habe oder die späteren weiß ich gar nicht ja ich glaube aber irgendwann war ja auch vorbei denn kraftstofffilter ja 5d ist voll und ganz gesuchtet hä ok ach 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 ok ja 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 das ist sowieso von sattelmund angefangen da gibt es doch irgendwie irgendwie keine ahnung 50 stück oder sowas Ja, Rampf, ja. Okay. Ah ja, stimmt. Warte. Oh Gott. Ja gut, Pokémon gab's da auch. Wo kam das denn denn hier? Ah, ich glaub, nach YouTube-Movies hab ich auch alle gesehen. Settel-Mut auch. Ja. Ja, das wurde mir dann irgendwann auch alles zu langweilig, auch mit DetektivCon. Das war irgendwie immer ein und dasselbe. Ja. Ich weiß nicht. Okay. Warte mal, ich muss auf Montage gehen, ne? Ah, jetzt. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Okay. Muss ich die jetzt ausfüchten? Wow, ich meine, das waren ja auch viele. Ich weiß nicht. Ja. Oh, und Ewigkeiten. Verdammt. Was? Was ist das? Ich habe auch keinen Updates. Ja. Okay. 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 Ja. Ja. Wollen aber montieren. Ne, die hat mir so weit noch nicht. Montieren bitte. Ja. 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 So, jetzt haben wir ihn nochmal, siehst du, dann sind wir das nämlich auch durch. So, jetzt gehen wir hier, einer mit, einer mit Insel, wenn wir Mankus sehen können. So, jetzt muss man alles leeren hier. So, jetzt siehst du wohl, vielleicht hier auch nochmal klein. Gut, dann können wir ja gleich mit ProSieben weitermachen. Siehst du, das passt ja, Auto fertig und Folge vorbei. Auftrag beenden. Yay, wir haben ein bisschen Geld gemacht. Ja, eigentlich bringt das nicht ganz viel Spaß, aber ich muss gleich mal den Kurs speichern. Spiel speichern zurück im Hauptmenü. Ich muss ja einen Kurs die Musik ausmachen, das geht mir so auf den Zeiger, das Ding. So, alles gleich nehmen. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss und tschau, tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.